Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Gies und ich freue mich so riesig, dass du eingeschaltet hast heute zu einer neuen Folge, in der es um die kosmischen News geht und ich bin so aufgeregt, denn außergewöhnliche Manifestationsenergie steht uns Anfang Januar bevor und zwar ist sie so stark wie selten. Ja und das ist unglaublich spannend, ein spannendes, energiereiches Silvester steht uns bevor und so eine krasse, unfassbar energiereiche erste Woche direkt im Januar. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich so unbändig, denn diese erste Woche im Januar erreicht dich eine Energie, welche dich das gesamte Jahr 2020 begleiten wird. Also unglaublich spannend, was jetzt hier auf unserem Planeten und in deiner Inkarnation passiert. Eine Schubwelle der Manifestationsenergie, die so selten ist, ja. Selten ist der Kosmos so voll beladen mit dieser Kraft. Krass, oder? Ja, sie wird dich leiten zu erschaffen, was du wirklich willst. Sie verhilft dir, der oder die zu werden, der oder die du in deiner wahren Größe und in deinem wahren Potenzial wirklich bist. Der Wunsch nach Echtheit und Authentizität wird wie ein brennender Seelenruf in dir wach und drängt nach Verwirklichung. Deine Werte können sich gravierend verändern und du steigst ganz plötzlich aus. Aus dem Dämmerschlaf, der Dramen und der Kleinheit. Wer bist du, scheint deine Seele zu rufen. Erinnere dich, fordert sie dich auf. Achte besonders in der Silvesternacht darauf, dass du dich nicht zu stark berauscht. So ein starker Neptun-Aspekt könnte dafür sorgen, dass du gerne die ein oder andere Substanz einnehmen möchtest, um dich so ganz dieser Energie hinzugeben. Ich rate dir zur Mäßigung, denn dann kannst du diese magische Kraft schon fühlen. Denn der Emotionalkörper von Pachamama wird in dir stark und intensive Freude wachrufen. Denn der gesamte Emotionalkörper von Pachamama wird in dieser starken, intensiven Freude schwingen. So intensiv, dass du sie förmlich spüren kannst. Viele von uns werden auch starke und außergewöhnliche Visionen haben. Es lohnt sich auch am nächsten Morgen, also am Neujahrsmorgen, nicht komplett in den Seilen zu hängen, denn unsere Kommunikation mit unserem hohen Selbst, mit unserer Seele oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest, ist zu diesem Zeitpunkt ganz besonders klar. Also diese Klarheit wird unglaublich sein. Meine Empfehlung ist, schreib dir am Neujahrsmorgen all jene Träume, Wünsche, Visionen und Gedanken auf, die so einfach hochploppen. Streng dich nicht sonderlich dafür an, sondern lass dich von deiner Verbindung zur göttlichen Quelle leiten. Was will sie dir sagen oder zeigen? Schreib einfach alles auf. Die wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten der Sinn schon erschließen. Pack dir das irgendwo hin, dass du immer wieder mal draufschauen kannst. Du wirst sehen, das ergibt einen Sinn. Wenn du den Prozess unterstützen möchtest, dann frage dich bei allen Lebensthemen, die dich belasten oder verunsichern, bin ich tatsächlich für dieses Thema inkarniert? Oder eine andere Frage könnte sein, ist diese angebliche Wahrheit wirklich die meine? Ja, sowas in der Form. Also hinterfrag das. Hinterfrag die Sinnhaftigkeit. Hinterfrag deine Authentizität, deine Echtheit, deine Wahrheit. Denn du wirst dich so kraftvoll entwickeln, dass du Antworten bekommst, die in der Tat einiges verändern können. Diese erste Januarwoche läutet ein Erwachen ein, welcher ihrem Namen alle Ehre macht. Und diese Kraft wird uns das gesamte Jahr 2020 begleiten. Neben all den dazukommenden Energien und all den Themen, die uns fordern, fördern und auch reformieren werden. Es wird bestimmt auch anstrengend, denn in uns wird ein Eifer erwachen, dieses neue Leben, wovon wir träumen, welches uns regelrecht zu rufen scheint, erschaffen zu wollen. Stein für Stein werden wir unermüdlich aufeinander stellen. Immer den großen Plan im Herzen und jeden einzelnen Schritt im Fokus. Ganz spannend. Und genau so wird es uns gelingen. Ich erinnere mich sehr, 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 sehr gut, als ich 2002 meine große Erwachenskrise hatte und alles, aber auch wirklich alles in meinem Leben veränderte. Selten habe ich mich so unfassbar allein gefühlt und orientierungslos. Nur eines wusste ich, ich muss diesen Weg gehen. Das war ganz verrückt. Welche Wege ich da gegangen bin, welche Schritte, welche Abzweigungen ich da genommen habe. Also, puh, hättest du mich damals nach Logik gefragt, ich war eh kein guter Gesprächspartner. Ich war völlig geführt und gleichzeitig wie nicht von dieser Welt. Ich war einfach wach. Ich wusste, das alte Leben kann ich nicht mehr bedienen. 2013 folgte die nächste heftige Erwachenskrise. Hilfe war das ein Schock und ein Drama. Jahre des Alleinseins folgten und jeder Meter im Alleinsein war erfüllt von meiner Liebe zu mir und meinem Leben. Jedoch völlig losgelöst von gesellschaftlichen Normen und auch Kontakten. Ja, und 2018, 2019 waren von starken Erwachensschüben geprägt. Jedoch bezeichne ich diese nicht mehr als Krisen, sondern ich habe diese Schübe als unglaublich bereichernd empfunden. Und sie haben mich und meine Seinsform und meine Daseinsform, mein Tun, mein Machen, mein Denken, mein Leben, mein Lieben, meine Werte verändert und ich habe so das Gefühl, so ganz bei mir anzukommen. Ich glaube, auch Erwachen muss man üben. Und je tiefer der Einzelne schläft, umso heftiger ist das Erwachen. Ja, so wie bei mir. 2,2 und 2,13. Wow. Heftig. Und warum erzähle ich dir das? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Wenn du schon weiter bist, okay, dann genieße die kommende Zeit und erlebe, dass sich jede Anstrengung lohnt. Es wird gigantisch geil. Doch einige von uns werden das Gefühl haben, von rechts auf links gekrempelt zu werden. Und einige von uns werden krampfhaft versuchen, im Tiefschlaf zu bleiben, um sich den Themen nicht stellen zu müssen. Klar, Veränderung macht erstmal Angst. Ja, total normal. Doch glaube mir, rückblickend betrachtet wirst du glücklich und dankbar sein, dich dem Prozess hingegeben zu haben. Hingabe, das ganz große Wort. Hingabe, Disziplin und Kontinuität. Denn Manifestation und ein glückliches Leben sind nur im Erwachten oder aber erwachenden Prozess real und beständig. Ja, in diesem Sinne, einen fröhlichen Start ins neue Jahr wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du magst, teile diese Podcast-Folge gerne mit deinen Freunden, damit sie sich auch bestens vorbereiten und diese Kraft nutzen können. Generell gilt, Podcast abonnieren. Ich halte dich hier immer auf dem kosmisch Laufenden. Gern stehe ich dir natürlich auch gerne persönlich zur Verfügung. Wenn du mich brauchst, schau dafür in die Shownotes, bitte. Besonders lege ich dir mein fortlaufendes Jahres-Mentoring-Programm, das Home, ans Herz. Denn dort begleite ich dich persönlich, Monat für Monat, in deiner Wachen. Von Herzen das Aller, 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 Allerschönste für dich, deine Linda. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020